Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video und auch diesmal geht es um ein Social Media Tool. Und zwar, ihr habt ja sicher, wenn ihr Social Media nutzt und da auch regelmäßig postet, immer mal wieder den Anwendungsfall, dass ihr Bilder vielleicht in verschiedenen Formaten braucht. Für Facebook, für Twitter, für Instagram. Die haben ja alle, je nach Anwendungsfall, ganz verschiedene Formate. Es gibt solche Header-Bilder, die sind dann mehr so im Querformat, sage ich mal, oder im Breitbild. Dann gibt es für Posts eher quadratische Formate, gerade bei Instagram oder Hochformat für Stories und so weiter. Und diese Bilder manuell zu erstellen, kann verdammt aufwendig sein. Und da bin ich heute auf ein Tool gestolpert, was das Ganze wesentlich erleichtert. Dazu schalte ich mal auf meinen Monitor um und wir sehen das hier schon, das ist der Free Image & Photo Resizer. Und der unterstützt uns dabei ganz gewaltig. Wir sehen, wir können hier ein Bild einfach hochladen oder auch per Drag & Drop reinziehen. Ich schnappe mir jetzt mal ein Bild von meiner Festplatte oder aus meinem Ordner hier und ziehe das hier einfach rein. Und wir sehen, hier oben haben wir diesen Custom Resizer. Das heißt, auch hier könnten wir jetzt schon einen Bildausschnitt wählen, die Größe hier vielleicht verändern und das Ganze dann runterladen. Soweit so unspektakulär. Das eigentlich Coole ist, hier unten zu sehen. Und zwar hier können wir für diverse Plattformen automatisch Bilder in verschiedenen Formaten generieren lassen. Das sehen wir hier zum Beispiel. Und die Funktion, die mir am meisten gefällt hier, ist das hier. Ich kann hier den Fokus Point setzen. Das heißt, welcher Bereich meines Bildes soll immer sichtbar sein? Und wir sehen auch, wenn ich das verschiebe, passt sich das unten bei diesen Vorschaubildern automatisch an. Und da kann ich jetzt eben sagen, okay, das Gesicht meines Cookie Content Managers hier, das soll immer im Fokus sein. Und dann können wir hier mal anschauen. Jetzt haben wir hier verschiedene Formate für Facebook, zum Beispiel für eine Story oder für einen Seitencover, also für diesen Header-Bereich auf einer Facebook-Seite. Dann haben wir das Gleiche hier für Instagram Story, quadratischer Post, horizontaler Post und so weiter. Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Google Display Ads, also für Google Werbeanzeigen, Standardformate hier für Blog oder E-Mail, was auch immer. Also sehr coole Sache, das Ganze. Und jetzt könnt ihr natürlich hergehen und entweder einzelne Bilder euch runterladen, die ihr braucht. Kann ich dann hier anklicken, dann sagt er mir hier auch Facebook Group Cover. Wir sehen 1640x859 Pixel, also gleich die richtige Größe. Oder ihr könnt natürlich auch auf Download All klicken. Dann wird ein SIP-Archiv erstellt. Mal kurz warten, wird er mir jetzt hier anbieten. 7,4 MB groß ist es dann und da sind dann tatsächlich alle Bilder drin. Also sehr cooles Tool eigentlich, was einem wirklich einen Haufen Arbeit abnimmt. Ja, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe mir das gleich gebookmarkt hier und werde das garantiert öfter verwenden in Zukunft. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch hilfreich. Ja, damit wären wir schon am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und schreib vielleicht auch in den Kommentaren, was du bisher so genutzt hast. Vielleicht kennst du ja noch coolere Tools, noch bessere Tools. Dann schreib das gerne mal in die Kommentare und vielleicht können wir hier sogar so eine Art Tool-Sammlung aufbauen. Wer weiß. Also ich bin immer auf der Suche nach neuen, coolen Tools, die einem die Arbeit ein bisschen erleichtern. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Mach's gut.